Musik Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Mario Tennis Aces. Das letzte Mal waren wir hier in der Entferno-Festung stehen geblieben und zwar um genau zu sein hier an der Festungsbrücke. Und da machen wir auch gleich weiter. Moment Mario, da ist ein Kettenhund. Komisch, da ist doch gar kein Weg vor uns. Nur ein paar Steinstatoren, auf denen etwas steht. Aber von hier aus kann ich es nicht entziffern. Wir müssen den Kettenhund ablenken, um näher an die Statune heranzukommen. Ich schlage die geworfene Welle so, dass der Kettenhund sie nicht erreichen kann. Und denk daran, dein Schlag muss sitzen. Wenn der Kettenhund ihn abwählen kann, zählt das als Fehlversuch. Versuche 30 unerreichbare Welle zu spielen und den Kettenhund abzulenken. Beim dritten Fehlversuch ist Schluss, vergiss das nicht. Ja! Ähm, 30 im Innerschlag, maximal 2 Fehlversuche. Oh Gott, erinnert ihr euch nochmal an das Lett? Also, vielleicht habt ihr das letzte Mal auch nicht gesehen. Wenn ja, schaut auf jeden Fall mal in die Playlist. Am Ende vom Video gebe ich euch hier nämlich immer... Ach, scheiße, bin ich blöd. Ich schlag gleich, ne? Äh, gebe ich euch ja immer zwei Playlists. Das sind eine von denen, ist immer die aktuelle. Also die... Von der die Folge, die ich... Äh... Toll läuft. Großartig. Äh, also die von der die Folge... Äh, stammt... Die gerade läuft... Joaah, geil. Ich muss den ja anders schlagen sollen, ne? Naja, ähm... Aber auf jeden Fall, wenn ihr das letzte Mal gesehen habt... Alter, alter, dieses... Ihr wisst nicht, was beim letzten... Also, okay, wenn ich es geschaut habe, wisst ihr, was beim letzten Person passiert ist. Aber wenn nicht, dann... Wirklich, schaut es euch an. Es ist einfach nur... Und du wirst, ich kann eigentlich schon wieder fast beenden mit einem Fehlversuch bei fünf. Zwei Fehlversuche kann ich beenden, ja. Äh, jetzt muss ich mich auch wieder eben einüben, weil ich nehme das hier nicht direkt danach auf. Ich nehme das irgendwie jetzt auch zwei Tage später oder so hier auf. Also wieder live an dem Tag. Und oh, heute kann ich... Ah, ich habe schon nicht wieder gemacht, warte. Ich mache ihn gleich wieder nochmal. Ähm... Heute kann ich jetzt auch mal das ansprechen, was ich schon in der vorletzten Folge an... Mhm, 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 genau, geil. Also, heute kann ich das ansprechen, was ich schon in der vorletzten Folge ansprechen wollte. Was... Was läuft hier gerade falsch? Vor allem, warum erreicht er jeden scheiß Ball? Ich werfe ihn oftmals so weit wie möglich eigentlich weg. Aber er reicht ihn halt noch. Ja, ähm... Ja, ähm... Wo die eine Aufnahme gefällt ist, auf dem Meer. Oder war das vorletztes Mal? Kann auch sein, dass es nicht vorletztes Mal war. Aber auf jeden Fall... Hatten wir das Thema mal irgendwann. Vor ein paar Folgen... Vor ein paar Folgen... Vor... Ähm... Ja, genau, aber... Um was hat sich's da gedreht? Hat sich's gedreht. Darum, äh... Warum ich sage, es ist eigentlich nicht gut, wenn ich die Folgen, wie ich's jetzt auch wieder mache, am gleichen Tag aufnehme, wie ich sie auch veröffentliche. Warum sage ich es nicht gut? Weil an sich denkt man ja, es hat einige Vorteile. Also, äh... Wenn jetzt... Ihr zum Beispiel das vorschlagt, was ich machen soll... Dann könnte ich das, ähm... Direkt umsetzen, weil ich ja... Nicht noch... Also... Alter! Was wirft denn so ein scheiß Ball, ey? Ähm... Ja, weil ich... Ich kann's eben dann natürlich direkt umsetzen, weil... Ich ja... Jetzt gerade... Denk... Weil, wenn ich den Kommentar lese, hab ich dann noch nicht die neue Folge aufgenommen, ne? Und... So, wenn ich's voraufnehme, geht's natürlich nicht sofort. Wenn ich irgendwas verändern soll, verbessern, keine Ahnung. Sowas vom Prinzip her. Natürlich ist das dann ein Nachteil, aber... Der Vorteil ist einfach, ich habe mehr Puffer. Es ist für mich nämlich... Oh, der... Der ist wieder so knapp. Oh, Gott! Wieso? Fast so lame wie das letzte Mal. Übrigens, ja, fast. Nicht lame. Genau. Ja... Genau. Warum ist schlecht? Ich habe eben sehr wenig Puffer. Wenn zum Beispiel... Was passiert... Meine Fresse! Also... Wenn was passiert, dann... Kann ich... Ähm... Dann... Kann ich... Kann ich... Keine Ahnung. Meine Capture Card geht kaputt oder was weiß ich was. So habe ich dann noch einen kurzen Puffer. Der dann vielleicht sogar reicht, um in der Zeit neue zu bekommen. Also, das war jetzt nur ein Beispiel. Es kann natürlich viele Situationen von sowas gehen. Und, äh... Was noch? Genau. So habe ich öfters mal... Späte Upload-Zeiten. Warum gebe ich eigentlich nicht wieder auf? Also, wie gesagt, so habe ich öfters mal späte Upload-Zeiten. Manchmal gar nicht mehr wirklich an dem Tag. Also, irgendwann nach einer Uhr erst. Ja, wow... Was soll ich denn da bitte machen? Ja, aber, ähm... Eben das, weil... Wenn ich die Videos noch am gleichen Tag... Wenn ich noch alles mit denen machen muss... Aufnehmen... Schneiden... Hochladen... Danach muss man nochmal warten, dass das... Äh... Video richtig encoded ist, weil ansonsten kommt das Video... Auf... 360p-Auflösung raus und... Und... Ja... Oh, nein... Oh, nein... Ich will mich doch hier verarschen. Was ist das für eine Scheiße? ich hasse diese challenge und da habe ich noch was gehört von leuten das kam ich schwer sei kam ich gegen noch also ich habe einige versuche gebraucht ja aber er war menschlich nicht so wie diese scheiße hier meine fresse dann konzentrieren wir uns jetzt noch mal vielleicht schaffen wir es ja endlich weil ja ich will hier nicht für den rest meines lebens hocken aber schon ja der war dann von mir bestimmt da kann ich dem spiel jetzt nicht die schuld für geben weil wir anderen sachen da ist es halt schon eine echte oft irgendwie dumm wenn man gar nichts anderes machen kann als ihnen sie als ihnen den ball nehmen lassen weil sie also wenn man wenn man ist ihr besser war das weißt du ich rede ja nicht mit einer person gerade speziell ja und zwar wenn er eben ach scheiße schon wieder so ein dummer fehler in der runde jetzt mache ich nur so richtig dumme fehler ansonsten waren es richtig häufig fehler wo ich für ich gar nichts konnte was jetzt nämlich gerade immer zählen sollte ja dass man eben in die hinterste ecke wirft und deshalb trotzdem erreicht oder beim geblockten da kann man halt nicht wirklich beeinflussen eigentlich hätte ich waren soll wenn es wieder ein gechargter kommt aber naja so schlimm ist jetzt auch wieder nicht und das ist jetzt schon wieder so ein cry wie dieser eine relativ früh die beiden versuche verloren dann geht's ab und dann am ende verliert man doch richtig knapp wegen ich glaube zwei punkten was ich mache mir diesmal wegen einem punkt verloren oh leute wir haben und wir haben es geschafft ja es geschafft endlich alter meine fresse wäre das bringt jetzt hier nichts ich will ein bisschen nichts dafür haben level 33 aber wir haben ziemlich viel aufgelevelt dafür muss man sagen du bist unglaublich mario sehr gut jetzt kann ich endlich lesen was auf den statuen steht hm so so aha verstehe ja was verstehst du zu ehren des großartigen bowser der hier auf der entfernen insel einen stein mit einer geheimnisvollen macht entdeckte wer versucht den geheimnisvollen stein zu klauen den diese statuen beschützen wird bausers zorn zu spüren bekommen fühlte sich davor wer kann hinweis für das putzpersonal die werden im mund der riesenstatue ist eine quelle großer macht auf keinen fall gehören sonst passiert etwas richtig schlimmes aha die feste gehörte also genauer am fundert des machtsteins gebaut was von dieser riesenstatue auf sich hat diese hüte sich und so weiter wo er alles aus sich hat klingt sehr ungemütlich aber hilft ja nichts weiter so wie bisher mario ja auf zum festen store wenn ich was dann das tor ist ja riesig und brauche schenken machen ist die männer sollen wir dann durchkommen so riesig sieht es gar nicht aus bis dahin ist letztendlich immer geschafft den direkten weg zu nehmen also machen wir doch genau so weit Scharmütze mit Bowser's Schergen, wie sie genannt hat, der ist Zeitlimits Bowser's Schergen. Okay. Au. Das Problem ist die Sternenschläge, die verpackt ich gerade, weil ich die vergesse so. Oh, der war schon tot. Na, war noch ein nicer Kill hier. Super. Aber wenigstens haben wir viele Punkte davor gemacht. Jetzt können wir gerade einfach durch den Attacken. Joa. Was war's denn, ne? Oh, scheiße, es gibt noch mehr. Na gut, okay, wäre auch ein bisschen lächerlich vielleicht gewesen, wenn es nicht mehr gegeben hätte. Weil ich meine, immerhin ist das ziemlich die letzte Challenge vom Boss dieser Welt, denke ich mal. Und ich weiß gar nicht, ob das dann schon der Final-Boss ist. Ich denke mal, der kommt noch extra, der Schläger halt daneben. Aber es ist halt immerhin der... Der Vorfall, der was danach... Oh. Ah, das war's dann doch. Oh. Also nicht. Shit. Und alter, die sind, die sind auch da. What? Holy moly. Autsch. Oh, den muss ja auch in die Richtung kommen. Einen haben wir. Aber der Bomb, der ist, der ist wirklich schwierig. Und der weicht halt eben auch zumindest ein bisschen aus. Alter Scheiße, das können wir nicht mehr schaffen. Aber immerhin können wir noch den auf hinzubauen. Super. Alter, es zieht viel mehr ab. Das hätten wir früher auch vorher schon machen müssen. Vielleicht zieht auch Charged mehr ab. Okay. Aber das wirkt auf jeden Fall machbar. Und hier auf jeden Fall schauen, wann wir die erste Sternen-Attack reinkriegen. Weil danach können wir eigentlich ja einfach durchgehen. Lass uns hier noch ein bisschen farmen. Ja, okay. Reicht jetzt auch. Komm her, du Lappen, dann tötest du dich. Obwohl der schwer, schwierig wird, glaube ich. Ah, dann ist das halt wieder auf dem Boden. Der ist mein. Verriss, bleib'n stehen. Ja, geht doch, du Lappen. Hast kein Skill. Oh, du musst nicht den Vergleich zu mir. Weil ich zerleg' euch hier alle. Keine Chance gegen mich. Wir haben halt tatsächlich keine Chance gegen mich. So. Jetzt kommt der Womp. Alter, wieso kann ich ja nicht mit dem hier das nicht machen? Weil ich hier irgendwie so... Oh, shit. Okay, jetzt können wir ihn all den nächstens ein-rein-ulten. Also, ich denke, das Ulten ist hier der Plan. Weil die Normalen, die machen ihm so wenig Schaden einfach. Ey, komm, ich brauch' noch so eine geultete. Ja. Ich glaub', das reicht dann. Also, wenn danach nicht noch etwas kommt, war's das jetzt, glaube ich. Ja, geschafft. Hm. Jo. Okay. Du hast es geschafft. War eigentlich klar, dass das Tor für dich kein Hindernisses ist, Mario. Ich hätte auch höchstens fünf Minuten lang Zweifel. Hm, toll. Nicht zu hinein. Faus ist fest. Kommt es das Finale, oder zumindest das Pre-Finale? Ich denke, eben das Pre-Finale. Jetzt ein Fight in der Nacht, der finale Fight gegen diesen Schläger. Aber das wird sicherlich auch schon ein episches Battle. Wie weit gewinnen die anderen wohl sind? Wenn ich ganz schnell in die Gänge komme, stoppen sie uns doch den Machtstellen weg. Das darf auf keinen Fall passieren. Ja. Nein, haben sie ja schon eben darum, na? Kampf mit dem Hüter des Schatzes. Wir sehen innerhalb des Zeitlimits den Boss der Entferneninsel. Oh, wir kämpfen jetzt gegen einen Schatzhüter, der von Bowser dahin gelegt wurde. Interessant. Eine die Bowser-Statue. Ja, wir müssen nach... da oben. Brauchen wir da diese X ab, oder was? Oh, shit. Warte mal. Ich glaube da... Oh! Ah, ne, wir müssen hier wieder ausspielen, wo die anderen... Und jetzt... Meteoriten... No. Also läuft, weil Bowser fiel. Nein, ich hab nicht genug Zeit, da hinzugehen. Aber okay, dafür wird's auch nicht so stark, wie ich will. Das ist ja in der Regel so... Jetzt kann ich ein bisschen wieder auf den Stern wirklich achten. Wohin der kommt. So... Oh, lol. Was ist denn Sound? Ich bin nicht da. Ich bin immer noch nicht da. Jetzt bin ich da. Ich bin nicht da. Laser. Oh, das zieht heftig. Oh, das wäre das so ziemlich unmöglich, glaube ich. Oh, shit. Nein! Wir haben uns wieder verpasst. Aber wir machen's gleich wieder gut. Oh, wieder Zeit verlässt. Jetzt haben wir da auch eine kleine Stelle. Okay, gut, die geht da weg. Noch ein Leben übrig. Aber wir wissen nicht, was er jetzt auspackt. Ja, der Gedrück ist so easy. Oh, da kommen wir nicht mit so lächerlichen Antakten. Oh, da haben wir uns ins Feuer reingesprungen, aber kein Problem. Oh, aber warte mal. Die Zeit kommt mir eigentlich tatsächlich für so'n krassen Fight fast schon zu viel vor. Was ist, was ist, wenn es eine zweite Phase mit einem anderen Boss drin noch gibt? Oh, shit. Ja, wir müssen hier nämlich tot. Ja, dann haben wir wahrscheinlich nicht mehr genügend Zeit auf. Okay. Ja, bin ich jetzt nochmal auf Nummer sicher, dass ich das wirklich bekomme. War das jetzt nur so'n Stein zum Betrieb der Statue, oder war das jetzt wirklich eine Machtsteine wert? Okay, zerfetzt Arne, okay, der ist hier hinten. Oder haben wir ihn schon genommen? Ähm. Geil, so kurz vor Level. Aber, ähm. Haben wir es den Macht schon bekommen, oder haben sie ihn weggenommen? Ich glaube mal, ja. Geschafft, Mario. Die Mausestatue bewegt sich nicht mehr. Das war ja ein wirklich hartes Match. Statt mir ins den Machtstein. Oh nein, die Schatztruhe. Ich misste gemacht, Mario. Die Festung war allzu gut bewacht. Deshalb haben wir einfach darauf gewartet, dass du uns den Weg freimachst. Und dann sind wir direkt hinter euch herein. Während ihr wo gekämpft habt, haben wir klärm heilig den Schnaz. Schnaz. Schatz geschnappt. Als ich der Schatztruhe berührte und sich die Statue anfing zu berühren, dachte, hier zu bewegen, dachte ich, es wäre vorbei. Aber das hast du hier geregelt. Tschüss dann. Vom Machtstein müsst ihr euch jetzt auch verabschieden. Und nehmt es sich so schwer. Nein, halt, ihn nach, Mario. Hey, Luigi. Es gibt also fünf Machtsteine. Wir haben zwei. Und die haben drei. Es hat sich ja schon angedeutet, dass es zu einem großen Finale kommt. Auf zum Stadion. Dort werden alle Rechnungen beglichen. Ja, dafür ist wahrscheinlich dieses, wo man rumgehen kann beim Stadion, weil wir jetzt gleich von der Entferneninsel dort über den Kai direkt ankommen. Wie kommt das so passieren, dass unser letzte Machtschein im Büro ist? Vorerst können wir nichts anderes tun, als zum Stadion zurückzukehren und uns mit Prinzessin Peach und Prinzessin Daisy zu beraten. Persönlicher Platz in Fernandinsel jetzt bei Mehrspieler-Partien und im Rühlenmodus verfügbar. Oh, da mit den Häusern, das sieht schon geil aus von der Seite hier. Auch von der Seite habe ich es noch nie gesehen. Okay. Dann gehen wir schon mal dahin. Aber das große Finale sehen wir erst im nächsten Tag. Doch auch danach ist es noch nicht sofort vorbei. Eine Kleinigkeit habe ich noch. Nicht aus dem Story-Modus. Aber es gibt so einen Cup-Modus. Und das hier, die Hafenstadt... Ähm, bei der Hafenstadt und das Großfinale seht ihr dann im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen. Gerne, like. Ja, lasst mir jetzt nicht gefallen. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Und tschau. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020